hallo willkommen hier auf meinem kleinen kanal ich bin der brettspiel ja willkommen heute ich möchte ganz gerne ein verlag heute ehren und zwar pegasus die haben ein fest zu feiern nämlich 25 jahre pegasus das finde ich schon gut in zeiten wo viele verlage schnell aufgekauft werden und alles viel schnelllebiger ist finde ich sind 25 jahre schon ein großer meilenstein und mich selbst begleitet pegasus schon tatsächlich sehr lange das soll jetzt kein großes werbebanner für pegasus sein aber ich finde dass gewisse verlage wie hans im glück oder pegasus oder cosmos die einfach schon seit jahren für eine gute deutsche spielekultur sorgen in deutschland einfach auch mal ein thumbs abkriegen sollten das war jetzt keine abschließende aufzeilung da gibt es natürlich eine ganze menge noch amigo zum beispiel amigo spiele aber heute geht es um pegasus aufgrund des geburtstages und umso besser denn ich hatte ja sowieso vor eine rezension eines pegasus spiels zu machen und zwar wollte ich ganz gerne rückkehr der helden kurz beleuchten rückkehr der helden ein spiel von ich glaube 2003 also mittlerweile 15 jahre her hat mich eine ganze zeit lang begleitet als ich noch münster gewohnt habe wir haben es damals wirklich sehr oft gespielt und sogar so oft dass ich mir damals die erweiterung im schatten des drachen gegönnt habe zwei erweitern zwei weitere erweiterungen gab es noch einmal helden in der unterwelt und einmal die grals suche beide habe ich danach nicht mehr mitbekommen ich glaube ich habe auch so viel nicht verpasst es gibt so ein bisschen kritik an dem spiel das werde ich euch nachher noch erzählen aber mir hat es damals so viel spaß gemacht bis zu einem gewissen punkt bis ich mich an den punkt kam wo ich die kritik verstanden habe und dann nicht mehr so sehr ich glaube trotzdem dass es ein tolles spiel ist und ich glaube dass man sich einfach darauf einlassen muss und vielleicht mit heute ein bisschen abstand kann ich es wieder genießen ich überlege ob es mit meiner tochter spielen soll die wird jetzt im märz 8 und ich denke dass es ein gutes alter um damit einzusteigen ein schönes abenteuer spiel auf jeden fall zurückkehr der helden gibt es nicht viel zu sagen außer dass die anleitung eine der kuriosesten ist die ich in meiner gesamten laufbahn tatsächlich erleben durfte die anleitung ist komplett im dialog geschrieben wie viel schlechter kann man es machen um regeln darzustellen denn man kann natürlich nichts finden in diesen regeln es gibt keine möglichkeit mal eben was nachzuschlagen weil alles im dialog ist hey org wie war das noch mal mit der bewegung oh ja krieger jetzt wo du es gerade ansprichst mit der bewegung funktioniert es folgendermaßen haha am liebsten fahr ich mit der kutsche hoho natürlich also das das ist zwar total schön und niedlich und liest sich fast romanhaft aber um etwas wieder zu finden ist das eine absolute katastrophe glücklicherweise gibt es das internet auf board game geek zumindest finde habe ich gefunden eine englischsprachige anleitung die das ganze in ein mir eher bekanntes und vertrautes format umgewandelt hat schön und gut leider auf englisch wird vielen leuten nicht helfen auf deutsch habe ich es bisher so noch nicht gefunden aber wäre ja mal was ich glaube auch das spiel ist aktuell nicht erhältlich wenn überhaupt werdet ihr über irgendwelche flohmarkt funde ebay oder messeverkäufe oder so was dran kommen schaut mal nach ich glaube für gewisse spielergruppen ist es auf jeden fall anfang aber ich greife schon vor ich zeige euch jetzt was dazu und dann könnt ihr nachher mit eurem selbst dazu geben und sagen andreas vielleicht habe ich auch das eine oder andere was zu finden deswegen jetzt einmal schwuppdiwupp die hard facts brettspiel dude helden wir finden eine 20 erledigen sich selbst rückkehr der helden ist geschrieben von lutz steponat und ist 2003 erschienen als der pegasus verlag noch pegasus press hieß 1 bis 4 spieler können daran teilnehmen bei board game geek erreicht ein rating von 6,5 und preis lässt sich schwer sagen was aktuell nur second hand erhältlich ist bei rückkehr der helden ist viel material in der box und das mag am anfang alles etwas unübersichtlich aussehen es gibt die helden bögen es gibt die gelände bögen es gibt gelbe token blaue token grüne token rote token kleine braune monopoly häuser es gibt schwarze würfel helden standees und oder heldenminiaturen falls ihr die limitierte edition habt ihr habt papptoken mit totenköpfen drauf ihr habt papptoken mit einem pa symbol hinten drauf ihr habt papptoken in einem beutel mit so marktsymbolen hinten drauf ihr habt papptoken in einem anderen beutel mit so zahlen und buchstaben darauf die einen grünen karten die einen länden karten die anderen länden karten alles eine ganze menge zeug aber es erklärt sich sobald ihr verstanden habt wie das helden tableau funktioniert und zwar gibt es verschiedene charakterklassen die sind hier allerdings ein bisschen durcheinander geraten mit charakter rassen denn tatsächlich gibt es einen elfen und einen krieger und eine zwergin aber gibt es keine zwergen krieger das ist ein bisschen seltsam aber gut damals in ich glaube das schwarze auge 2 war es auch noch getrennt voneinander jeden helden gibt es in zwei verschiedenen varianten einmal weiblich und auf der rückseite einmal männlich oder ist die weibliche die rückseite man weiß es nicht ich entscheide mich jetzt hier mal für den magier und die zwergin und tue die anderen weg die beiden figuren habe ich schon rausgesucht dafür und erklärt das spiel anhand des zwei spieler aufbaus für diese beiden charakterklassen auf der linken seite das ist das einfachste seht ihr eure lebenspunkte die werden aufgefüllt mit diesen schicken glasperlen ja es ist ein glasperlen spiel hashtag literatur referenz und die kommen hier drauf und das sind tatsächlich eure lebenspunkte wenn die alle sind seid ihr hinüber die kleinen ausgegrauten unter dem strich sind nicht zu befüllen das sind welche die ihr im verlauf des spiels vielleicht dazu gewinnen könnt durch verschiedene gegenstände so das ist euer startgeld schrägstrich gold die zwergin startet mit vier weil zwerge nun mal reich sind eins zwei drei vier und die beiden füße zeigen eigentlich nur an wie weit ihr euch tatsächlich pro bewegung bewegen könnt hier ist ein ablageplatz für einen edelstein den ihr im verlauf des spiels einsammeln könnt und dann gibt es hier drei verschiedene fertigkeiten und zwei felder gruppen die blaue fertigkeit bezeichnet die fähigkeit im magischen kampf das ist der fernkampf und das ist der nahkampf wie ihr seht sind wir im nahkampf besonders gut denn je höher desto besser im magischen kampf sind wir schlecht alle proben in diesem spiel werden immer mit zwei würfeln abgeliefert erstmal und um eine probe zu bestehen also um eine erfolgreiche nahkampffrobe abzulegen müssen wir gleich oder unter dem wert würfeln das ist nicht so einfach in diesem fall habe ich es geschafft hätte also eine nahkampffrobe geschafft aber ihr seht schon eine drei zu erreichen mit der zwergen ist grenzwertig unmöglich im verlauf des spiels und da kommen jetzt diese kleinen schnieken andere token hier ins spiel könnt ihr eure fertigkeit steigern und siehe da ab sofort darf man drei würfel benutzen jetzt könnte man denken höher ist ja schlecht aber ich kann mir von den drei würfeln immer die beiden besten aussuchen und habe die probe schon wieder geschafft das gleiche gilt für vier oder fünf würfel das macht das spiel deutlich einfacher nachher ebenso kann ich diesen wert auch steigern auf eine 7 8 9 10 und wenn ich natürlich später eine 10 habe mit fünf würfeln würfen darf dann wird es recht schwierig das nicht zu schaffen aber es gibt verschiedene gichter die einem diverse modifikationen reindrücken und einen zwingen niedriger zu würfeln als man eigentlich wollen würde gut das sind felder für kleinere heldentaten und das sind felder für gegenstände von beiden könnt ihr maximal jeweils vier haben dann gibt es noch eine sonderfähigkeit bei der zwergen ist es dass die geheimwege im gebirge immer findet das erschließt sich später und der magier hat als fähigkeit findet rote geheimwege bei sieben oder weniger das heißt er findet die etwas einfacher der hat sehr wenig lebenspunkte aber dafür einen ziemlich guten startwert im bereich der magie und kann etwas weiter laufen als die zwergen das sind die vorteile des magiers so und jetzt bauen wir gleich mit diesen schönen platten einmal das spielfeld auf und ich sage euch leute ihr braucht platz denn so und und Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf jedes Spielfeld kommen jetzt zwei von diesen PA-Marken und zwar entgegengesetzt jeweils. Also einmal West-Ost und darüber dann Nord-Süd, sodass nie zwei Marken nebeneinander liegen. Dann nehmen wir einen von diesen sechs Oberbösewichten, nein sieben sind es, und suchen einfach zufällig einen aus. Welcher das ist, werden wir nicht erfahren, legen den beiseite. Diese Oberbösewichte sehen alle sehr ähnlich aus, nämlich dass sie eine gewisse Anzahl von Lebenspunkten haben und ein Modifikator in diesem Fall, einen von minus drei auf alle Kampfwürfe. Das heißt, der König der Finsternis ist schwer zu besiegen, weil er unsere Fähigkeiten senkt. Zusätzlich hat jeder von diesen Typen noch eine Fähigkeit, in diesem Fall erhält er jeden Schaden eines Angreifers als zusätzliche Lebenspunkte. Je mehr Schaden man also hat, wenn man ihn angreift, desto mehr Lebenspunkte hat er auch. Gut, aber der ist es ja nicht, denn wir haben hier jemand anders gezogen. Jeder Held erhält nun auch noch zufällig ausgewählt zwei von diesen Heldentaten, die hier im Stapel sind. Das ist ebenfalls zufällig. Zwei für die Zwerge und zwei für den Magier. Diese beiden, oder diese Heldentaten sind alle nach dem gleichen Muster aufgebaut. Man muss nämlich etwas tun, um dann was anderes zu tun. Da muss man es irgendwo hinbringen und dann bekommt man eine Edelstein als Belohnung. In diesem Fall muss man die Bienen besiegen auf P3, um mit dem Honig abzunehmen und dabei einen Erfahrungswürfel und ein Goldstück zu bekommen. Mit dem Honig kann man den Bären ablenken und kann dann den Siegelring holen, um den zum König zu bringen. Nein, den bringt man einfach nach Hause. So, das heißt, das ist das, was ich machen muss, bevor ich überhaupt den Oberbösen angreifen kann. Das Problem ist, auf P3, na, wo ist es? Ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon eher gefunden als ich. Dort ist P und da ist P3. Prima, das ist auch schon die Bienen hier. Aber die Bienen liegen da noch gar nicht. Das heißt, ich muss warten, bis dieses Bienenplättchen irgendwann aus dem Sack gezogen wird. Und das passiert dann, wenn ein anderes Plättchen verschwindet und genommen wurde. Das heißt, wenn ich ein solches Plättchen aufdecke und es ist danach weg, dann wird ein neues Plättchen aus dem Sack gezogen und auf dem Spielplan platziert. Das ist auch schon einer der Hauptpunkte in diesem Spiel. Es ist alles sehr zufällig. Es kann halt theoretisch sein, dass die Bienen erst am Ende des Spiels aus dem Sack kommen. Dann habe ich eben Pech gehabt. Zu dem Zwecke gibt es eben noch die zweite Aufgabe, in diesem Falle Granat aus Panflöte. Da soll man die Feuerläufer auf J8 besiegen, um ihnen die Planenflöte abzunehmen und so weiter und so fort. Das wäre die optionale Variante. Und solange ich diese beiden Sachen nicht habe, würde ich jetzt im Land herumlaufen und versuchen, verschiedene andere Aufgaben zu lösen. Tatsächlich, diese Plättchen, wenn sie umgedreht werden, können zum Beispiel ein solches blaues Plättchen drunter haben. Finde die Drachenzähne auf D9. Dafür bekommt man ein Goldstück und dann soll man sie zum Hexenhaus bringen nach K2. Und dafür bekommt man den Elbenstab. Es könnten aber auch Monster drunter sein. Ich versuche mal, ob ich eins finde hier irgendwo. Das sind tolle blaue Sachen. Da ist blau, da ist blau und hier ist was grünes. Genau, das Grün sind Ereignisse. Die kann ich angehen. Dem Bettler könnte ich eine Goldmünze geben für ein Gold. Das steht oben rechts und dann muss ich würfeln. Entweder bekomme ich einen Erfahrungswürfel oder ich habe einfach eine gute Tat begangen. Schön, schön. Abschließend gibt es da noch die Monster, die einen roten Rahmen haben. Davon gibt es, ja prima, hier sind zum Beispiel die Wölfe. Ich hoffe, das sieht man so ein bisschen. Die haben überall eine Null stehen, außer bei dem roten, das ist der Nahkampf. Da haben sie einen Minus 1. Das heißt, sie sind etwas schwerer im Nachkampf zu besiegen, haben einen Lebenspunkt. Und wenn man sie besiegt, dann bekommt man selber noch einen roten Erfahrungswürfel. In einem Spielzug, die jeweils abwechselnd gespielt werden, kann man genau eine Sache machen, nämlich laufen. Und zwar so weit laufen, wie auf dem Charakterblatt angegeben ist. Das heißt, Myra Frosthammer, unsere Zwergin, kann also zwei Felder weit laufen. Da wir aktuell noch kein wirkliches Ziel haben, denn die Dinge, die wir suchen für unsere Lebensaufgabe, befinden sich ja noch nicht auf dem Feld, laufen wir also erstmal einfach irgendwo hin mit dem Ziel, möglichst viele Ereignisse aufzudecken und Begegnung zu erzwingen. Das heißt, in diesem Fall wäre es wahrscheinlich ziemlich klug, einfach umher rüber zu laufen und zu gucken, welches Pech denn sich hier drunter befindet. Aha, es ist eine Aufgabe. Es ist ein Sack Korn und den müssen wir zum Labyrinth bringen, nach U1. Wenn wir ein blaues Plättchen aufdecken, haben wir die Möglichkeit, es einfach liegen zu lassen und unsere Bewegung fortzusetzen. Oder wir nehmen es mit und beenden unsere Bewegung hier. Das ist nicht zwingend entschieden. Aber jetzt ist die Frage, das würde uns einen blauen Würfel geben, einen blauen Erfahrungswürfel, also einen Magiekampfwürfel. Wir sind nicht besonders stark im Magiekampf, also ist die Frage, brauchen wir diese Queste? Ich würde sagen, nein. Wir laufen einfach noch ein Feld weiter und haben uns dann mit zwei Feldern weit bewegt und der Zug der Zwergin ist vorbei. Damit geht es weiter zu unserem Magus-Antrags-Zauberspiel. Der kann sich drei Felder weit bewegen und tut das auch, indem er zum Beispiel einfach mal startet er hier, eins, zwei, hier hinläuft und sich anguckt, was hier passiert. Das heißt, noch eine Aufgabe, finde den Novizen auf U2, bringe ihn in die Stadt der Magier. Das heißt, den Novizen sollen wir finden, der ist aber noch nicht auf dem Spielfeld. Heißt, das käme später. Ich glaube trotzdem, dass das eine gute Karte wäre oder eine gute Aufgabe. Ich lege das also auf unser Heldentableau und der Zug von Antrax ist vorbei. Myra Frosthammer ist wieder dran und könnte natürlich jetzt den Bogen hier rechts rumlaufen an diesem Bienenstock vorbei, aber sie könnte natürlich auch versuchen, hier direkt durchzulaufen. Aber es gibt einige Felder, die sind eben farbig markiert. Das sind sogenannte Geheimgänge. In diesem Fall ist es ein Geheimgang durchs Grüne. Um hier anzukommen, muss ich mit zwei Würfeln eine ganz normale Probe machen. Also wie alles in diesem Spiel, zwei Würfel würfeln und gleich oder weniger würfeln. In diesem Fall würfel ich eine Vier und es gelingt mir. Ich kann also eins, zwei hier durchlaufen. Hätte ich eine größere Zahl gewürfelt, wäre ich nur bis hierhin gekommen, also bis zur Mitte des Weges und damit wäre mein Zug beendet gewesen. Am Anfang des nächsten Zuges hätte ich nochmal würfeln können und wenn ich es dann geschafft hätte, hätte ich meinen Zug von hier aus starten können. Ansonsten wäre ich nur bis hierhin gekommen und auch da wäre mein Zug wieder zu Ende gewesen. Also Geheimgänge sind ziemlich blöd zum Vorwärtskommen. Jetzt sind wir ja Zwergen und finden Geheimgänge im Gebirge immer. Das heißt, all diese schönen Geheimgänge, die durchs Gebirge gehen, findet sie immer. Und Antragszauberspiel findet rote Geheimwege immer bei einer sieben oder weniger. Hier ist zum Beispiel ein roter Geheimgang auf Feld G. Der Nachteil ansonsten wäre, dass man eben in einigen Gegenden gar nicht weiterkommt. Hier in diesem Kreisel geht es nämlich tatsächlich nur bis zur Mitte und danach wieder raus. Ich müsste also, um nach hier unten zu laufen, einmal ganz quer über die Karte rennen. Der Geheimgang ist also schon gut, aber eben doch ziemlich blöde zu erreichen. Spulen wir mal vor zur ersten Kampfsituation. Myra Frosthammer bewegt sich ein Feld weit auf dieses Feld und deckt die Wölfe auf. Wir erinnern uns an gerade, die Wölfe sind im Nahkampf etwas schlechter zu besiegen, haben einen Modifikator von minus 1. Alle anderen Optionen stehen uns ganz normal offen. Das heißt, wir könnten sie entweder mit einer 3 in Magie, einer 5 in Fernkampf oder einer 6 minus 1 gleich 5 im Nahkampf besiegen. Ich entscheide mich einfach mal für den Nahkampf und würfle eine 9. Das Ergebnis ist, dass wir einen Lebenspunkt verlieren und unser Zug hier endet. Am Anfang des nächsten Zuges können wir einfach weiterlaufen. Die Wölfe bleiben dann dort liegen. Oder wir können uns entscheiden, wieder gegen die Wölfe zu kämpfen. Und das können wir so lange wiederholen, bis wir entweder tot sind oder die Wölfe sind. Sollten die Wölfe vorher irgendwann sterben, bekommen wir als Belohnung einen roten Erfahrungsstein, den wir auf unserem Tableau platzieren können. Und das ist der erste von 2, der uns demnächst hilft, mit 3 Würfeln zu würfeln. Auf der anderen Seite der Karte hat Antrax Zauberspiel es gerade geschafft, durch diesen roten Geheimgang hier zu laufen. und läuft hier rüber, um sich dieses Plättchen anzusehen. Und findet dort die Hellseherin. Grüne Ereignisplättchen können wir auch liegen lassen, genau wie die blauen. Da passiert überhaupt gar nichts. Wir können sie aber auch auslösen, aber auch selbst dann bleiben sie liegen. In diesem Fall kann ich ein Gold ausgeben, um einen Marker aus dem Beutel zu wählen. Das heißt, die Hellseherin erlaubt mir, einen ganz speziellen Marker aus dem Beutel zu holen. Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, die ich in diesem Spiel habe, um überhaupt diesem Glückseffekt etwas entgegenzusetzen. Und dann werden eben immer wieder neue Plättchen aus dem Beutel gezogen. Das passiert immer dann, wenn ich ein Monster, also mit einem roten Rand, auch vom Spielfeld entferne, also besiege. Das Monster kommt dann wieder zurück in den Beutel. Oder ich nehme eine Aufgabe vom Spielfeld weg und lege sie auf mein Tableau. Auch dann wird ein neues Plättchen nachgelegt. Oder letzte Möglichkeit, ich lege ein Plättchen von meinem Tableau weg, weil ich es erfüllt habe. In jedem Fall ziehe ich dann eine Karte aus dem Beutel und platziere die auf dem Spielfeld, und zwar offen. In diesem Fall habe ich jetzt hier gezogen, einen verwirrten Heiler. Auf V5 wird er gelegt. Das heißt, jetzt müsste ich eine V suchen. Ich glaube, das ist hier direkt. Und auf das Feld V5, das ist hier unten in diesem Geheimgang, den verwirrten Heiler hinlegen, sodass er später dort auch besucht werden kann. Vielleicht brauche ich den für irgendeine Aufgabe. Vielleicht möchte ich aber auch nur sehen, was er kann. Schließlich habe ich schon ein paar Lebenspunkte gegen die Wölfe verloren. Und der verwirrte Heiler könnte mich heilen. Aber wenn er verwirrt ist, heißt das ja vielleicht auch, dass er das nicht so gut tut. Ich schaue mal nach, was er tut. Wenn man einen 1 würfelt, verliert man einen Lebenspunkt. Bei 2 bis 6 heilt er alle natürlichen Lebenspunkte wieder zurück. Das heißt, der bringt einen im Zweifelsfall schon um. Ja, und so geht das Spiel tatsächlich immer weiter, bis wir unsere erste Lebensaufgabe hier erfüllt haben. Ich hole nochmal den Siegelring hier vor. Das heißt, wenn wir die Bienen gefunden haben und dann besiegt haben, nehmen wir ihnen den Honig ab. Das ist auf der Rückseite der Bienen zu sehen. Dann erhalten wir einen Erfahrungspunkte-Würfel und ein Goldstück. Dann müssen wir die Bären finden und die Bären ablenken. Und dann bekommen wir den Siegelring, der auf der Rückseite der Bären abgebildet ist. Und dann bringen wir ihn nach Hause. Wir bekommen einen Edelschein als Belohnung. Und in dem Moment passiert Folgendes, dass wir nämlich den Marker von dem oberfiese Bösewicht, den wir vorhin in den Beutel nicht reingetan haben, jetzt in den Beutel reintun und damit ab sofort die Möglichkeit auslösen, dass wir den Oberbösewicht ziehen. Dann wissen wir nämlich auch, wo er ist und wo er sich befindet. Und dann können wir ihn auch besiegen. Dazu werden wir vermutlich irgendwelche tollen magischen Gegenstände brauchen. Aber wie man schon an den zufälligen Verteilungen dieser ganzen Geschichten hier sehen kann, dauert es sowieso relativ lange, bis wir die passenden Gegenstände für unsere Aufgabe hier gefunden haben, bis wir die passenden kleinen blauen Aufgabenkärtchen hier gelöst haben. Hier ist noch ein Ork, da ist ein Aufgabenkärtchen. Wir wollen ja auch gar nicht alle lösen, sondern nur die, die überhaupt irgendwie zu unseren Fähigkeiten passen. Denn für die Zwergen bringt es jetzt auch nicht so richtig viel, sich in Magie hochzupuschen. Auf der anderen Seite, warum nicht? Eine zaubernde Zwergin widerspricht zwar sämtlichen Rollenspielerregeln, aber man hat ja schon alles gesehen. Und das war es auch schon mit dem Spiel. Es ist nichts Großes, es ist nichts furchtbar Kompliziertes. Man läuft herum, man sammelt Plättchen ein, man bekämpft Wölfe und Ghoule und erfüllt kleine Aufgaben, trifft Magier, macht magische Duelle, trifft Händler, wo man sein hart erarbeitetes Gold wieder loswerden kann und erfüllt die Lebensaufgabe. Das ist der gute Teil, es ist irgendwie ein aufregendes Abenteuer. Aber man muss damit leben können, dass das Spiel auch einfach unfassbar ungerecht ist. Man zieht nicht die richtigen Kärtchen aus dem Beutel, man verliert beim Würfeln. Der andere gewinnt beim Würfeln und zieht immer die richtigen Kärtchen aus dem Beutel. Das ist leider das, was passiert. Tja, macht es trotzdem Spaß? Ja, ich glaube schon. Für mich ist das eines der wenigen Momente, wo ich sagen würde, das ist ein klassisches Familienspiel. Kinderspiel würde ich gar nicht sagen, denn dafür ist es irgendwie doch zu komplex. Man muss zwischendurch eine Menge lesen. Und ich glaube, dass alleine der Aufbau, damit werden die Kinder schon alleine sehr überfordert. Aber als Familienspiel macht es eine Menge Spaß und man würfelt vor sich hin. Man hat als Erwachsener gar nicht so Vorteile riesengroß, weil man nicht mit strategischen Vorplanungen irgendwie den Kindern fünf Schritte voraus sein kann. Natürlich können die doof laufen, in die falsche Richtung abdackeln. So kann passieren. Aber das sollte sich eigentlich mit zwei, drei Spielen geben. Im Schatten des Drachen ist eigentlich nur, es kommen noch mehr Plächtchen dazu. Normalerweise waren es 16, jetzt sind es 25 Platten. Das heißt, das Gebiet wird noch größer. Es ist noch mehr Zufall, wo was steht, welches Gebiet. Und statt dem Namenlosen, der die große Nemesis in der Rücke der Helden ist, gibt es hier eben auch noch den Drachen, der alternativ als Bösewicht auftauchen kann. Es gibt also den Nemesis im Spiel und den Drachen. Man kann aber nur einen von beiden besiegen, weil storytechnisch so erklärt wird, dass der andere dann sich denkt, okay, wenn sie den besiegen können, dann können die mich auch besiegen und dann zischen die ab. Das Spiel ist also in jedem Fall zu Ende, sobald man einen von beiden besiegt hat. Ja, also es gibt gar nicht so viel zu sagen zum Spiel und trotzdem sage ich schon eine ganze Menge irgendwie, weil vielleicht aber auch ich etwas nostalgische Gefühle entwickelt habe, bei mir das wieder angucken. Es lag jetzt wirklich, ich möchte fast sagen, acht Jahre ungespielt im Schrank und ich habe schon mehr als einmal erwogen, das Spiel doch irgendwie abzustoßen, mal zu verkaufen, keine Ahnung was. Und dann war immer so dieser Punkt, in dem ich gedacht habe, nein, irgendwie haben wir doch gute Erinnerungen daran. Ich und Hendrik damals ganz viel gespielt, aber ich glaube, mit Charlotte wird es auch ganz gut funktionieren, denn man wird auch da eine ganze Menge Aufgaben und Wölfe erledigen. Vielleicht ist es ein bisschen zu lang, das heißt, vielleicht könnte die Konzentration vorher in den Keller gehen. Ein Safe Game gibt es bei dem Spiel leider nicht, also entweder abbrechen oder gar nicht. Aber man kann es ja kleiner gestalten, indem man nur neun Platten benutzt. Dann müsste man natürlich vorher diese Plättchen akribisch raussortieren, die auf den Platten landen, die nicht im Spiel sind. Sonst funktioniert das Spiel nicht. Oder immer dann neu ziehen, wenn man ein solches Plättchen in der Hand hat. Das könnte man auch tun, aber ob das so viel Spaß macht, weiß ich nicht. Tja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen mein Fieber mitfühlen können. Es macht auf jeden Fall viel Spaß zu spielen. Es sieht schön aus, auch ohne die kleinen Metallfiguren. Die braucht kein Mensch. Die Pappaufsteller sind völlig ausreichend. Und ja, geht los, kauft es, spielt es. Ich denke, bei Ebay ist es eine gute Anzeige. Bei Amazon habe ich ein paar Ausgaben gesehen, die allerdings echt unverschämt teuer waren. Ich denke, mehr als, sagen wir mal, gebraucht. 20 Euro sollte man nicht ausgeben. Aber vielleicht hat ja Pegasus Lust, liebes Pegasus-Team, und bringt eine Jubiläums-Edition heraus, wo nicht nur die Schatten der Helden, die Schatten der Drachen, Rückkehr der Helden, sondern auch noch Reich der Unterwelt und leider das viel zu rare, die viel zu rare Graz-Queste auch noch dabei sind, mit allen Helden dabei und mit ein bisschen aufgemotztere Metallminiatur. Das Ganze dann Bäm über Kickstarter und schmuppdiwupp haben wir ein riesengroßes Ding. Mal gucken. Das Regelbuch bedarf auf jeden Fall einer Überarbeitung, aber das sollte nicht so schwer sein. Wenn es in Englisch funktioniert hat, würde ich es vielleicht sogar auch in Deutsch kriegen. Tja, wer Lust auf eine Partie hat, kommt gerne zu mir. Ansonsten kann man es auch Solo spielen. Das macht vielleicht nicht so viel Spaß. Da geht es einfach darum, wie lange brauche ich, bis ich den besiegt habe. Kann man machen, aber ich glaube, da gibt es schönere Solospiele. Dennoch probiert es aus und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, denn es ist schon echt dunkel geworden. Das ist mein letztes Video übrigens, was ich mit diesem iPhone aufnehme. Ich habe mir heute eine Kamera ausgesucht, die ich gerne haben möchte und bin gespannt, ob die auch gute Filme macht und Fotos macht und ob ihr mich vielleicht demnächst in, keine Ahnung, 3D sehen könnt. Wer weiß es doch genau. Denkt drüber nach, träumt schön und schaltet ab. Bis dahin.